Musik Herzlich Willkommen, liebe Musikfreunde in Armenien. Mein Name ist Daniel Giegelberger, ich bin Konzertmeister von Mündner Kammerheister. Es freut uns sehr, dass wir für das Festival Opus 5 eine Aufnahme eines Konzerts von uns mit Beethovens Eroica senden dürfen. Damit haben wir auch einen wunderbaren Kontakt geknüpft zu Artkonzept, mit dem wir hoffen oder durch die wir hoffen, dass wir eine größere Beziehung nach Armenien bekommen können und das ein oder andere Konzert in Zukunft auch in Armenien spielen dürfen, was uns eine große Freude wäre. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei Beethovens Eroica. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020